Hallo und herzlich willkommen zu MTV Crips. Nein, Quatsch, aber das wollte ich irgendwie immer schon mal sagen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video natürlich. Und warum zeige ich euch hier heute Bilder von unserem Haus, schrägstrich dem Haus, in dem unsere Wohnung sich befindet. Das ist ganz einfach, denn ich will euch damit einen Eindruck davon vermitteln, dass dieses Haus schon etwas älter ist. Das ist für WLAN-Abdeckung nicht so gut geeignet. Und dadurch, dass wir ja jetzt häufiger im Homeoffice sind, ist es einfach so, dass in den einzelnen Zimmern, die früher gar nicht als Arbeitszimmer oder temporäre Arbeitszimmer gedacht waren, keine gute WLAN-Verbindung ist. Wir haben keine LAN-Kabel in der Wohnung logischerweise, weil das auch damals niemand verlegt hat. Und insofern habe ich nach einer alternativen Lösung gesucht und bin mit Powerline da auf eine Alternative gestoßen, die vielleicht mein Problem lösen kann. Und genau das wollen wir uns heute in diesem Video mal gemeinsam anschauen. Ja, und entschieden habe ich mich jetzt für das Devolo Mesh-WLAN 2, um genau diese Probleme zu beheben. Das heißt, in meiner Wohnung wird demnächst ein über Powerline verbundenes Mesh-WLAN aufgespannt. Warum ausgerechnet Devolo? Da kann man jetzt drüber streiten. Ist eine deutsche Firma. Das war mir immer schon sympathisch. Und auch die ersten Powerline-Adapter damals, da hatte ich auch schon mal Devolo. Und da war ich eigentlich immer ganz zufrieden damit. Und deswegen ist es jetzt das Mesh-WLAN 2 in der, ich glaube es heißt Multi-Room Edition, das heißt mit drei Adaptern geworden. Und das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Ja, und da legen wir wie immer mit der Verpackung erstmal los. Ja, Mesh-WLAN, was bedeutet das ganz konkret? Das bedeutet, dass über WLAN AC in unserem Fall jetzt hier ein WLAN über die ganze Wohnung oder über die gesamte Reichweite aller drei Adapter gespannt wird. Das heißt, ihr bewegt euch im Haus und müsst euch nicht irgendwie neu anmelden oder sowas, sondern ihr bewegt euch wie in einem großen WLAN. Und das ist ja der große, große Vorteil, den man hat, nicht nur jetzt im Speziellen hier mit den Devolo-Adaptern, sondern natürlich auch, wenn ihr Repeater oder sowas habt, die Mesh unterstützen, auch dann ist das natürlich eine Sache, die für dieses Mesh-WLAN eine super Geschichte ist. Und hier seht ihr dann auch nochmal illustrativ dargestellt, warum denn jetzt ich mir das Ganze auch gekauft habe. Denn es ist einfach so, dass über diese Stromverbindungen dann auch noch weiter Daten vermittelt werden können. Das heißt, es sind keine klassischen Repeater, die ihr habt und die ihr kauft, sondern es funktioniert halt über die Stromleitung. Was bedeutet das Ganze für den Adapter? Der ist etwas größer als bei anderen Dingen, die ihr habt, zum Beispiel wie ein normaler WLAN-Repeater oder sowas mit 7,6 Zentimetern und 15,2 Zentimetern. Aber es steckt halt auch ordentlich, im wahrsten Sinne des Wortes, Power drin. Und hier auf der Rückseite seht ihr jetzt auch nochmal, wie das Ganze funktioniert in dieser illustrativen Darstellung. Das heißt, über eure Stromleitung wandert, die wandern die Daten sozusagen und gleichzeitig wird über den Adapter ein WLAN aufgespannt, sodass ihr tatsächlich im ganzen Haus, und zwar unabhängig von euren LAN-Kabeln oder sowas, eine gute Verbindung bekommt. Auch das ist natürlich immer von gewissen Faktoren abhängig. Das heißt, wie ist euer Stromnetz, sind das verschiedene Stromkreise und so weiter und so fort. Aber genug der Theorie, jetzt packen wir das Ganze einfach mal aus und gucken uns die Geräte nochmal genauer an. So, dazu machen wir natürlich hier erstmal den Karton auf und gucken mal, dass wir das Ganze jetzt hier rausbekommen. Na, es stockt etwas. Komm. So, jetzt kommt er. Ja, es dürfte vermutlich nicht viel Überraschendes drin sein, außer den drei Adaptern. Okay, hier als erstes. Zwölf Monate Garantierweiterung, wenn ihr euch garantiert. Drei Jahre habt ihr, glaube ich, sowieso schon. Das heißt, es würde dann bedeuten, ihr könnt vier Jahre Garantie in Anspruch nehmen. Dann haben wir hier einmal die Anleitung. Ich hoffe mal, die brauchen wir nicht, weil alles selbsterklärend ist bei der Einrichtung. Dann haben wir hier die einzelnen Adapter. Die sind übrigens alle drei gleich. Das heißt, da gibt es keine Unterschiede. Ich glaube, bei einer alternativen Version von Devolo war es so, dass der eine Adapter, der an den Router angeschlossen wurde, tatsächlich keinen WLAN hatte und das Ganze nur verteilt hat. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Also nagelt mich nicht drauf fest. Hier sind auf jeden Fall alle drei Adapter gleich. Das heißt, ihr könnt jeden überall anschließen und könnt auch jeden an den Router anschließen, ganz wie ihr es wollt. Ihr habt einfach drei komplett identische Geräte mit jeweils zwei LAN-Ports unten. Das zeige ich euch aber dann später nochmal, die ihr dann an den Router anschließen könnt. So, hier haben wir noch CE-Bestätigung, vermute ich mal. Das brauchen wir alles nicht. Hier haben wir noch das LAN-Kabel, um dann, wie gerade eben schon gesagt, einen der Adapter an euren Router anschließen zu können und damit das ganze System in euer bestehendes Netzwerk einbauen zu können oder integrieren zu können, wie auch immer ihr das nachher ausdrücken möchtet. Das ist ganz wichtig, dass ihr nachher das LAN-Kabel auch verbindet. Zeige ich euch, wie das geht. Und zwar hier unten über die LAN-Ports, die übrigens 1 GB haben, damit dann die Adapter auch euch mit Internet versorgen können und über die dritte Schnittstelle sozusagen, also einmal über LAN an euren Router angeschlossen, dann über Powerline untereinander verbunden und im letzten Schritt spannt das Ganze dann das Mesh-WLAN auf, um dann euch mit Informationen oder vielmehr mit Daten versorgen zu können. Alles Weitere gucken wir uns jetzt aber gleich nochmal im Detail an. So, dazu nehmen wir uns jetzt erstmal einen Adapter raus. Für mich ganz wichtig und das finde ich wirklich eine ganz, ganz wichtige Sache bei solchen Adaptern ist, dass man die Steckdose trotzdem noch benutzen kann. Weil wenn der Adapter quasi nicht noch diese Steckdosenfunktion hätte, ich nenne sie mal Steckdosenfunktion, dann könntet ihr natürlich eine Steckdose nicht benutzen. Und gerade bei diesen großen Geräten ist es natürlich so, dass das dann ordentlich Platz blockieren würde. Hier zeige ich euch nochmal, die sind wirklich eins zu eins identisch. Da gibt es also keine Unterschiede. Die könnt ihr, wie ihr wollt, untereinander dann auch entsprechend austauschen. Ja, was gibt es ansonsten noch zu sagen? Die Bedienung hier unten über die zwei Buttons, die ist tatsächlich super einfach. Das heißt, der eine ist für WLAN, der andere ist für die Powerline-Verbindung beziehungsweise für das Resetten. Also mehr müsst ihr da auch nicht groß machen. Gerade wenn die Ersteinrichtung einmal durchgelaufen ist, dann gibt es eigentlich wenig, was man noch anpassen muss. Geht aber auch alles über die App im Übrigen. Das zeige ich euch nachher nochmal. Darüber aus meiner Sicht sogar noch komfortabler als über alle anderen Funktionalitäten. Wer im Übrigen nicht über WPS nachher seinen WLAN kopieren möchte sozusagen, der hat auch die Möglichkeit hier in das vorgefertigte WLAN sich einwählen zu können. Dafür findet ihr auf der Rückseite von den Adaptern die entsprechenden Passwörter und könnt euch dann da auch entsprechend einloggen. Maximale Belastung übrigens 3600 Watt. Das ist glaube ich so ein Wert, der für jede Mehrfachsteckdose und so weiter auch gilt. Also da solltet ihr im Zweifel nur darauf achten, wenn ihr irgendwie einen Heizkörper oder einen Wasserkocher oder sowas anschließt, dann ist das natürlich gegebenenfalls ein Thema. Aber normalerweise sollte das keine Probleme geben. Jetzt zeige ich euch nochmal die Größe von dem Adapter. Das ist die Größe einer Kreditkarte. Also der ist schon ganz ordentlich groß, aber ich habe es schon mehrfach jetzt erwähnt, es steckt halt auch ordentlich Technik drin. Das begründet natürlich auch, warum das Format etwas größer ist. So und bevor ich jetzt sage, in der Anleitung steht gar nichts drin, was wir brauchen, vielleicht noch dieser Hinweis. Wenn ihr die volle Geschwindigkeit der Adapter nutzen wollt, dann dürft ihr sie nicht in Mehrfachsteckdosen, Verlängerungskabel oder ähnliches stecken, sondern sollte sie direkt in die Steckdose stecken. Das ist ganz wichtig, damit die direkte Verbindung besteht. Und ihr solltet auch nicht parallel noch was einstecken, so wie auf dem dritten Bild hier links unten, sondern dann auch einfach in den Powerline Adapter reinstecken, damit der einfach die direkte Verbindung zum Stromnetz hat und die Störungen möglichst gering gehalten werden. Nur dann ist quasi auch garantiert oder ist euch sichergestellt, dass ihr die höchstmögliche Geschwindigkeit verwenden könnt. So, los geht's mit der Einrichtung und dazu müsst ihr einfach alle drei Adapter in Steckdosen einstecken. Und zwar, wie gerade eben schon gesagt, könnt ihr die im Notfall auch in eine Mehrfachsteckdose direkt nebeneinander stecken. Für die erste Synchronisierung funktioniert das auch. Aber es ist natürlich besser, wenn ihr die in separate Steckdosen steckt. Aber die müssen sich am Anfang einmal miteinander verbinden. Und das seht ihr jetzt hier. Das Gerät bootet sozusagen hoch. Das erkennt ihr an der roten Lampe. Und gleich wird anfangen, wird die linke Lampe und auch die rechte Lampe anfangen zu leuchten. Die rechte Lampe indiziert immer das WLAN, die linke die Powerline Verbindung. Das kann man sich so grob merken. Und gleiches gilt auch für die Knöpfe, die ihr da bedienen könnt. Insofern lädt jetzt hier der Adapter das Betriebssystem oder ich vermute mal, dass da irgendeine Art von Betriebssystem sicherlich drauf ist und stellt gleich die Verbindung zu den anderen Powerline Adaptern her. Und jetzt seht ihr hier, es ist jetzt erstmal gar kein Licht mehr zu sehen. Aber in wenigen Sekunden sollte normalerweise dann auch das weiße Licht leuchten. In dem Fall hier rechts erstmal für das WLAN. Das heißt, die WLAN Verbindung oder das WLAN ist aufgespannt. Und links beginnt dann jetzt auch die Powerline Verbindung. Es blinkt erst ein bisschen und sollte normalerweise zum Abschluss auf allen drei Adaptern gleich durchgängig weiß leuchten. Und ich hoffe, dass das jetzt hier auch bei mir gleich passiert. Aber ich bin da recht zuversichtlich. Genau, jetzt seht ihr, die Verbindung ist hergestellt. Und mehr müsst ihr tatsächlich für die Ersteinrichtung der drei Powerline Adapter nicht machen. Außer, dass wir natürlich das Ganze jetzt gleich, wie vorhin schon angekündigt, noch mit dem Router verbinden müssen. So, und jetzt haben wir alle drei Powerline Adapter miteinander verbunden. Jetzt müssen wir natürlich noch die Verbindung herstellen zu unserem Netzwerk. Deswegen eins von, oder in einen von den Powerline Adaptern das Netzwerkkabel rein. Und das andere Ende des Netzwerkkabels, das steckt ihr dann ganz einfach in euren Router rein. Also in die LAN-Buchse eures Routers selbstverständlich. Damit dann die Verbindung zwischen dem Powerline Adapter und auch eurem Router und somit auch dem Internet hergestellt ist. Ich zeige es euch hier mal bei unserer Fritzbox. Einfach das andere Ende des Kabels nehmen. Das dann in die LAN-Buchse reinstecken. Und alles weitere passiert dann tatsächlich automatisch. Zumindest wenn ihr DHCP aktiviert habt. Dann sollte sich das automatisch verbinden. Denkt immer dran, gerade bei älteren Routern müsst ihr darauf achten, dass ihr die schnellste LAN-Buchse nehmt, die ihr habt. Damit ihr da keine Geschwindigkeit verliert. Oder bei älteren Fritzboxen konnte man glaube ich auch einen Eco-Modus einstellen. Dann lief die LAN-Buchse nur mit 100 Mbit. Darauf bitte achten, dass ihr das auf den vollen, auf eure volle Power einstellt. Für den Fall, dass ihr ein zusätzliches WLAN aufspannen möchtet mit dem Passwort, was auf der Rückseite von dem Adapter steht. Habe ich euch vorhin gezeigt. Dann funktioniert das Ganze jetzt schon. Wenn ihr aber euer altes Netzwerk komplett ersetzen möchtet, gerade wenn ihr einen alten WLAN-Adapter oder Router habt vielmehr, dann macht das durchaus Sinn. Dann könnt ihr hier noch über WPS die Daten übertragen. Einfach unten die Taste drücken. Dann in eurer Fritzbox, so wie hier eingeblendet, den WPS-Verbindungsaufbau starten. Danach übertragen sich dann automatisch die Daten. Egal welche Variante ihr jetzt gewählt habt, ob ihr ein eigenes WLAN aufgebaut habt oder das bestehende nutzt, das spielt keine Rolle. Ihr könnt danach über die App das Ganze auch konfigurieren. Man kann im Übrigen auch die Einrichtungen über die App machen. Dann wird einem nochmal alles erklärt. Das seht ihr hier unten, da könnt ihr den Barcode von der Verpackung scannen. Das war mir jetzt ein bisschen zu einfach. Das könnt ihr machen, wenn es bei euch nicht geklappt hat. Guckt ihr da nochmal rein. Aber hier seht ihr dann in der App auch nochmal eure Verbindung. Hier könnt ihr jetzt sehen, der eine von meinen Adaptern ist verbunden mit dem Internet. Das seht ihr oben. Und dann rechts und links unten die zwei zusätzlichen Adapter, wo dann auch die Geschwindigkeit angezeigt wird, die im Übrigen immer abhängig ist von vielen verschiedenen Faktoren. Stromnetz, wie nah die aneinander sind, ob ihr Störquellen habt und so weiter und so fort. Das kann man nicht so gut vergleichen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum ich euch jetzt hier keine Geschwindigkeit-Test zeige. Das wird euch nichts helfen, weil das eh immer unterschiedlich ist. Ich kann nur sagen, die Geschwindigkeit bei mir ist deutlich, deutlich besser als vorher ohne WLAN oder vielmehr mit dem schlechten WLAN. Aber das liegt auch einfach an der Wohnung hier, in der wir hier leben. In der App könnt ihr dann Firmware-Aktualisierung machen. Ihr könnt das Gerät umbenennen, denn ihr seht hier, die Dinger heißen immer Devolo und eine dreistellige Zahl. Ihr könnt die WLAN-Einstellungen verändern. Wenn ihr euer eigenes WLAN gespannt habt und nicht das alte verwendet habt, könnt ihr hier die Einstellungen noch machen dazu, wie das Ganze heißen soll, damit ihr dann vielleicht das noch individualisieren könnt. Weil in der Standardausführung heißt das WLAN immer so wie der Adapter und ihr könnt euch dann mit dem Passwort, wie gesagt, auf der Rückseite des Adapters anmelden. Und dann könnt ihr natürlich auch noch diverse Dinge in den einzelnen Powerline-Adaptern hier konfigurieren. Dazu gehen wir hier auf Konfiguration öffnen, dann lädt es ein bisschen und dann seht ihr hier ganz viele Informationen, wie die Seriennummer, Firmware-Version, MAC-Adresse, Laufzeit, das WLAN mit den entsprechenden Daten. Dann seht ihr hier, wir haben drei Geräte miteinander verbunden. Dann noch LAN, dass das über die Gigabit-Schnittstelle läuft und so weiter und so fort. Da könnt ihr ganz viele Dinge konfigurieren und hier rechts dann auch nochmal verschiedene andere Dinge. Das WLAN nochmal separat einstellen, Powerline einstellen und so weiter und so fort. Da habt ihr wirklich viele Konfigurationsmöglichkeiten. Deswegen glaube ich, ist es auch sinnvoll, da sich einfach mal selber so ein bisschen reinzufinden. Ich zeige euch da jetzt nicht alles, weil ich glaube, das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen langweilig. Denn das Ding funktioniert halt out of the box. Eigentlich braucht ihr das nicht, aber für die, die ein bisschen technisch versierter sind und die da reingucken wollen, gibt es halt hier viele verschiedene Dinge, die man letzten Endes noch konfigurieren kann. So, jetzt bin ich hier irgendwie drauf gekommen, das ist rausgegangen, aber es spielt ja keine Rolle. Das Wichtigste habe ich euch gezeigt. Darüber könnt ihr das Gerät konfigurieren und alle Einstellungen vornehmen. Und dann würde ich euch jetzt zum Abschluss noch sagen, was ich denn jetzt von meiner Investition in das Devolo Mesh WLAN 2 halte. So, kommen wir zunächst mal zu den zwei Punkten, die mir persönlich tatsächlich nicht ganz so gut gefallen. Das ist zum einen die Größe von dem Gerät. Es steckt viel Technik drin, ich glaube, ich habe es jetzt mehrfach gesagt. Deswegen sei das natürlich verziehen. Wahrscheinlich kann man es aktuell einfach noch nicht kleiner machen. Gerade diese Hochgeschwindigkeits-Powerline-Adapter sind ja alle relativ groß, aber es trägt halt schon sehr auf. Das muss man halt einfach wissen. Und der zweite Punkt, der tatsächlich auch wichtig ist zu wissen, vielleicht negativ, neutral, ich weiß es nicht genau, ist, dass das Ganze sehr warm wird. Deswegen deckt bitte unbedingt nicht diese Schlitze an der Seite ab, denn die müssen für die Belüftung da sein. Durch die hohe Geschwindigkeit der Powerline-Adapter, die dann ja auch mit Strom logischerweise arbeiten, wird das Ganze wahrscheinlich einfach notgedrungen etwas wärmer. Konfiguration und so weiter ist wirklich super easy. Die Erstinstallation ohne App überhaupt kein Problem, kriegt glaube ich jeder hin. Deswegen braucht ihr die zwei Knöpfe außer für WPS, glaube ich, überhaupt nicht bei der Installation. Ja, was mir tatsächlich ganz wichtig war, dass die Steckdose weiterhin verfügbar ist, ist auch nicht bei allen Adaptern so, ist hier gegeben. Das Wichtigste aber eigentlich ist natürlich, dass nachher der ganze Backbone, das heißt der Traffic läuft ja nicht über WLAN oder Repeater-Funktionen oder sowas, sondern läuft über eure Stromleitung. Das ist insbesondere wichtig, wenn ihr keinen LAN habt und die WLAN-Verbindung nicht gut genug ist, dann könnt ihr das als super Alternative nutzen. Und die Geschwindigkeit ist wirklich, wirklich gut. Also da gab es bei mir überhaupt keine Probleme. Scheinbar liegt unser Stromnetz vielleicht ganz gut, ich weiß es nicht, woran es liegt. Manche haben ja da durchaus auch niedrige Geschwindigkeiten bei mir. Alles super, wirklich kein Grund zur Klage. Ja, gekauft habe ich das Ganze für 340 Euro. Das heißt, ganz billig ist es nicht. Aber ich habe es tatsächlich so für mich abgespeichert, es gab keine Alternative. Insofern war der Preis letzten Endes nicht der limitierende Faktor. Und zum anderen kommt hinzu, klar, wer hohe Geschwindigkeiten haben will und ihr habt ja halt die neueste Powerline-Technologie, da muss man halt auch dafür bezahlen. Völlig logisch. Also insofern, vielleicht kommt er ja auch mit zwei Geräten aus, dann ist es ja nochmal deutlich billiger. Aber bei mir, muss ich sagen, hat sich die Investition definitiv gelohnt. Auch meine Freundin hat gesagt, das WLAN ist wirklich um Welten besser. Beziehungsweise sie denkt natürlich das WLAN, aber eigentlich ist es ja nicht das WLAN, sondern es geht um die Powerline-Verbindung. Aber für sie ist das logischerweise WLAN. Also insofern, aus meiner persönlichen Sicht absolut zu empfehlen, die Geräte, wer da gewillt ist, für hohe Geschwindigkeit auch einen Euro mehr zu bezahlen, sollte das definitiv tun. Gerade weil Devolo ja auch ein deutscher Hersteller ist, der auch in Deutschland entwickelt, das muss man immer im Hinterkopf halten. Das heißt, da kann man sich gerade bei so Stromgeräten oder viel mehr Geräten, die über Strom in irgendeiner Art und Weise kommunizieren oder sowas, kann man sich natürlich auch eine gewisse Sicherheit noch von versprechen. Das sollte definitiv auch so sein. Ja, falls ihr noch Fragen habt oder ähnliches zur Installation oder was auch immer, schreibt mir gerne in die Kommentare. Und zum Abschluss bleibt mir wie immer nichts anderes zu sagen als Alexa, Kamera aus. Okay.